Zum Start in die lange Trainingswoche vor der Party gegen Leverkusen testete der FC Augsburg gegen die Würz-Trainer Heiko Herrlich sah Licht und Schatten, fand aber für einen seiner Spieler auch ein Sonder-Noah Sarenren-Basee brachte sich bei Heiko Herrlich in Erinnerung. Imago Images nach zuletzt nur einem Erfolg in sieben Bundesliga-Spiele nutzte Heiko Herrlich den in dieser Woche größeren zeitlichen Spielraum vor der Bundesliga-Party am Sonntag, um der zweiten Reihe Spielpraxis und eine neue Bewährungschance zu gewinnen. So standen die zuletzt wegen Verletzung oder aus sportlichen Gründen in der Bundesliga nicht bis kaum eingesetzten Thomas Kobeck, Raphael Framberger, Jan Moravec, Ruben Vargas, Marco Richter, Michael Gregoritsch oder Rani Kedira gegen den zweitlägersten auf dem in den sich letzterer in der zweiten Minute am liebsten eingebuddelt hätte. Dem Kapitän des Testteams unterlief im Strafraum ein faules Spiel gegen Dominik Bau-Christawitt verwandelte für die Gäste zur frühen Führung. Diese sollte allerdings nicht lange Bestand haben. 17 Minuten später gelang dem FCA durch Vargas nach Vorarbeit von Richter der Ausgleich. Vor der Halbzeit legte Noah Sarenren-Basee das 2 zu 1. Der Angreifer war auch für das 3 zu 1 nach der Pause mitverantwortlich. Nach einem schnellen Vorstoß in den Würzburger Strafraum und einer scharfen Hereingabe lenkte Douglas den Ball ins eigene Netz. Spielersteckbrief Sarenren-Basee Sarenren-Basee Noah Giole Spielersteckbrief Sarenren-Basee 17 Sarenren-Basee Noah Giole FC Augsburg Deutschland. Nigeria Spieler Profil Trainer Steckbrief Herrlich Herrlich Heiko Trainer Steckbrief Herrlich Herrlich Heiko FC Augsburg Deutschland. Trainer Steckbrief FC Augsburg. Die letzten Spiele Würzburg H3-1 Leipzig A2-1 FC Augsburg. Die letzten Spiele Würzburg H3-1 Leipzig A2-1 Wolfsburg H0-2 Dortmund A3-1 Union H2-1 Bayern H0-1 Bremen A2-0 Stuttgart H1. 1-4 Regensburg H1-0 Köln A0-1 Alle Termine FC Augsburg Termine Augsburg Augsburg 13.30 Leverkusen Leverkusen Mainz Mainz 28.02 15.30 Augsburg Augsburg FC Augsburg Termine Bundesliga 22.00 Spieltag Augsburg 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 Sohn 13.30 Leverkusen Leverkusen Bundesliga 23.00 Spieltag Mainz Mainz 28.02 15.30 Augsburg 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 Bundesliga 24.00 Spieltag Hertha Hertha 06-03 15.30 Augsburg Augsburg Bundesliga 25.00 Spieltag Augsburg Augsburg 12.03 20.00 Uhr 30.00 Gladbach Gladbach Alle Termine nach unserer Führung haben wir viele Bälle verspielt und haben nicht versucht, auf das 3-1 Heiko herrlich nicht die einzige Aktion, die herrlich gefallen hat. Noah hat es gut gemacht, er musste viele lange Wege gehen auf einer eigentlich fremden Position und hatte deswegen am Ende auch Krämpfe, so der FCA-Chefcoach, der die Partie vorrangig dazu einschob, damit die Spieler, die hinten dran sind und nicht regelmäßig zum Einsatz kommen, Spielpraxis bekommen. Er war herrlich insgesamt zufrieden, aber insgesamt war herrlich zufrieden, auch wenn man nicht vergessen dürfe, dass wir gegen den Tabellenletzten der 2-Liga gespielt haben, der im Prinzip mit einer B-Mannschaft angetreten ist. Eines missfiel dem früheren Stürmer dann doch, dass seine Mannschaft die nötige Zielstrebigkeit vermittelt. Nach unserer Führung haben wir viele Bälle verspielt und haben nicht versucht, auf das 3-1 da hatten wir zu viele Ballverluste, da wollte jeder zeigen, dass er auch ein Tor machen. Punkt george. Punkt george. Punkt george. Punkt george. Punkt george. Untertitelung des ZDF, 2020